jetzt zehn minuten brauchen wir fahren zur brücke hinter anstelle von der kohle wir überlegen nämlich gerade aber nicht runterfahren so kohle weil es unten so so schlammig ist und wenn wir das in den bus schleppen und man sieht ja die kohle von hier und ob wir nicht lieber rüber zur brücke fahren dass wir die brücke noch mal aus der nähe sehen also die die da ganz excuse me a little bit just just afraid that we are going yeah the lying eiffel tower but actually that's nonsense the eiffel tower is much smaller smaller it's really no joke when you when you would have tipped the the eiffel tower from here to this point over there and it will reach the the white it's actually an excavator an elevator sorry an elevator and lift and so the bridge the the eiffel tower 335 24 meters high the bridge is 502 meters wide so so you you